Die vier wichtigen Elemente für ein Business, das dir Freiheit, Fülle und Erfüllung bringt. Dieses Video ist sehr wesentlich, denn heute zeige ich dir nicht nur, welche vier Elemente du auf jeden Fall für dein Business brauchst, sondern auch, wie sie zusammenwirken. Du lernst also nun die Schipreneur Essentials Methode kennen, denn diese vier Elemente sind essentiell für ein erfolgreiches und erfüllendes Business. Die meisten Selbstständigen, die ein Business oder Online-Business gründen, sind erstmal maßlos überfordert. Die Idee klang ja erstmal gut, doch nun, wo es ernst wird, merken sie, wie viele verschiedene Dinge es zu beachten gilt. Positionierung, Branding, Lead-Generierung, Technik und tausend andere Sachen tauchen auf und damit Fragen über Fragen. Wo sollen sie bloß anfangen? Was ist wichtig? Was kann man später noch machen? Vor lauter Bäumen sehen sie oft den Wald nicht und fühlen sich verzettelt und ausgebremst. Dann verfallen sie entweder in eine Starre oder sie stürzen sich in blinden und chaotischen Aktionismus. Sie überlegen zum Beispiel, was ihnen leicht fällt und machen das dann ohne weiteres Nachdenken zu ihrem Angebot. Oder sie starten mit täglichen Live-Videos, weil ihnen andere gesagt haben, dass sie das unbedingt tun sollten. Sie stricken mit kleinem Budget eine Webseite zusammen, um überhaupt ein bisschen sichtbar zu sein, richten eine Facebook-Seite ein und vielleicht noch einen Instagram-Kanal. Dann machen sie ein paar Posts und hoffen, dass die Kunden schon kommen werden. Was glaubst du, wie erfolgreich das ist? Genau. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Denn sie wissen nicht wirklich, wie sie eine erfolgversprechende Strategie entwickeln, wie sie Social Media effektiv für sich nutzen, wem sie mit ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung überhaupt helfen wollen und so vieles mehr schlimmer noch, als ob die anfängliche Überlastung noch nicht genug wäre, tauchen ständig neue Hindernisse und To-dos auf. E-Mail-Systeme aufsetzen, Newsletter schreiben und konfigurieren, einen Redaktionsplan entwerfen und so weiter und so fort. So fühlen sie sich also als selbstständige Dauer überfordert. Es kommt ihnen vor, als hielten sie das Loch im Gartenschlauch an einer Stelle zu und dann bricht das Wasser an anderer Stelle umso stärker hervor. Und auf einmal sind es 50 Löcher und sie fühlen sich völlig ohnmächtig und hilflos. In diesem Video zeige ich dir nun, welche vier Elemente du für dein Business brauchst, damit du nicht länger eine überforderte Selbstständige bist, sondern dein Leben als erfüllte Unternehmerin genießen kannst. Schritt 1. Das erste Essential ist der Stil. Damit ist das gemeint, was dich einzigartig macht. Deine Persönlichkeit, dein Charakter, deine Eigenheiten, deine Einstellungen, aber auch deine Alleinstellungsmerkmale, die dich aus den anderen Angeboten in deiner Branche hervorheben. Wichtig dabei ist, dass du immer ehrlich und authentisch bleibst, also ganz du selbst. Nur so wirst du unverwechselbar sichtbar und als Original und nicht als Kopie wahrgenommen. In diesem Baustein legst du auch fest, was deine persönliche Vision für dein Business ist und wer deine idealen Kunden sind. Denn wenn du deinen persönlichen Stil genau auf den Punkt bringst, wirst du exakt die Kunden anziehen, mit denen du am liebsten arbeitest. Schritt 2. Nun entwickelst du das zweite Essential, deine Strategie. Das fängt mit deinen Zielen an, denn ohne klar definierte Ziele wirst du mit deinem Business rumdümpeln, wie ein Segelboot, das noch keine Segel gesetzt hat. Du lernst also nun, ergebnisorientiert und unternehmerisch zu denken. Du legst fest, was deine Produkt- und Preisstrategie ist, wie du deine Nische und Positionierung als Expertin gestaltest, wie dein Branding und Messaging aussieht, wie du eine Community aufbaust und noch vieles mehr. Kurz, du programmierst dein Business auf Erfolg. Doch dabei ist auch noch wichtig, dass du das auf empathische Weise machst. Denn mit einem seelenlosen Business, das nur Profit maximiert ist, wirst du auf Dauer nicht glücklich werden. Schritt 3. Jetzt geht es an das dritte Essential, die Struktur. Du baust nun automatisierte Systeme und Prozesse auf, die dein Business einfach und effektiv machen und quasi auf Autopilot langfristig für dich arbeiten. Das sind zum Beispiel E-Mail-Funnel, Facebook-Ads oder Content-Recycling, um nur ein paar zu nennen. Mit diesen Automatisierungen sparst du eine Menge Zeit und kannst dein Business skalieren. Du kommst raus aus dem 1 zu 1 Arbeiten und dem Tausch von Zeit gegen Geld. Stattdessen schaffst du Produkte, die sich automatisch und immer wieder verkaufen. Du lernst, wie du quasi im Schlaf Leads generierst und erfolgreich launchst. Schritt 4. All das ist jedoch nicht komplett ohne das vierte Essential, den Sinn. Wir alle brauchen einen Sinn im Leben, aber auch im Business. Deinen Sinn und dein Warum zu finden, ist also zentral, damit du dich erfüllt fühlst. Die meisten von uns Frauen sind sehr engagiert und haben mehr oder weniger bewusst, den Wunsch, anderen zu helfen und die Welt ein bisschen besser zu machen. Etwas für die Nachwelt zu leisten und zu hinterlassen. Dieses Element ist es, was am Ende die Freude bringt. Kaum etwas ist erfüllender, als anderen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Und nun stell dir mal vor, du könntest das in ganz großem Stil tun und im positiven Sinne richtig einflussreich sein. Du weißt also jetzt, welche vier Elemente du brauchst, um dein Business erfolgreich zu machen und frei, unabhängig und selbstbestimmt zu arbeiten und zu leben. Dies ist schon mal die beste Grundlage dafür, dass dein Business sich leicht und sexy anfühlt, statt schwer und unstrukturiert. Doch leider reicht das noch nicht ganz aus. Du musst nämlich auch darauf achten, dass du all diese Elemente nicht nur detailliert ausarbeitest, sondern sie dann auch noch richtig zusammenbringst. Sonst wirst du immer nur Teilerfolge erzielen und in anderen Bereichen nicht weiterkommen. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir an, du hast deinen Stil und deine Strategie gut erarbeitet, aber Struktur und Sinn vernachlässigt. Dann führt es dazu, dass du zwar ein paar ideale Kunden hast und ein kleines oder mittleres Einkommen erzielst, doch ohne Struktur kannst du dein Business nicht skalieren und automatisieren. Das heißt, du arbeitest hart und verkaufst eine Stunde deiner wertvollen Lebenszeit gegen einen Betrag X. Das mag zwar angenehmer sein als das Angestellten-Dasein, weil es zumindest dein eigenes Business ist, fühlt sich aber trotzdem an wie ein Hamsterrad und dein Businesswachstum ist dadurch begrenzt und gedeckelt. Außerdem wird dich ein Business ohne Sinn auf Dauer nicht erfüllen. Du machst zwar deine Kunden happy, findest damit jedoch nicht deine persönliche Erfüllung, denn insgesamt leistest du keinen Beitrag für eine größere Sache. Dein Business wird also an einem bestimmten Punkt stagnieren und du brennst irgendwann aus. Die meisten Selbstständigen unterschätzen, wie wichtig es ist, nach ihrem Sinn zu suchen und vernachlässigen diesen Punkt. Oft folgt die Sinnkrise dann auf dem Fuße. Dasselbe gilt, sobald du andere der vier Essentials weglässt. Wenn du zum Beispiel deine unverwechselbare Persönlichkeit auf die Straße gebracht und auch deinen tieferen Sinn gefunden hast, ist das zwar sehr erfüllend, doch ohne Strategie und Struktur wirst du vermutlich weder viele Kunden gewinnen noch hohe Umsätze machen. Und dann wird dich dein Business ebenfalls sehr frustrieren, denn ohne finanzielle Fülle bleibt es zäh und schwer, auch wenn es noch so sinnstiftend sein mag. Wenn du diesen Frust vermeiden und dein Business leicht und sexy machen willst, werde jetzt Teil der Skipreneur Community. Dort erhältst du jede Menge Tipps, Tricks und Infos rund um dein Business, zum Beispiel wie du die vier Elemente der Essentials Methode erarbeitest und richtig verknüpft, damit du frei und erfüllt leben und arbeiten kannst. Ich freue mich auf dich!